was geht meine freunde willkommen zurück bei formel 1 2018 ich freue mich dass sie wieder dabei seid ja ich entschuldige mich auch hier herzlich bei euch allen dass ich die letzten tage keine videos hochgeladen habe aber ich habe probleme mit der aufnahme mit meiner playstation 4 und ja wie gesagt ich habe jetzt so viele sachen hier die installiert und was soll ich sagen freunde jetzt geht es weiter hier mit formel 1 2018 wir hatten rennen in shanghai das ganze wie gesagt habe ich aufgenommen aber leider hatte ich nicht auf den aufnahme button gedrückt und hier seht ihr noch mal die punkte die stahlgattern konnte beendetes rennen endposition podiums platzierung strafe schnellste runde 21 von 30 punkte also da liegen wir schon gut vorne hier dann haben wir noch ressourcen punkte bekommen saubere runde seht ja es war so ein geiles rennen leider 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 es tut mir echt leid habe ich das ganze versemmelt ja bei der aufnahme aber sei es drum weiter geht mit der karriere im ruf sind wir auch aufgestiegen und es geht auch richtung veteran tolle arbeit an diesem wochenende ja finde ich auf dem treppchen zu sehen macht mich stolz ja mal schauen was abgeht wir haben einladungen zu neuen historischen events erhalten du kannst vor ende des wochenendes bestimmen ob du da noch sofort ins nächste wochenende gehen aber ich schaue mir mal die nachrichten an ok ok danke wir haben eine reihe von einladungsevents zur auswahl an denen wir vor dem nächsten kompris teilnehmen können ja das haben wir ja schon gesehen ja vertragswert ist auch gestiegen rivalitäten zu gewinnen und der rennstelle zu gewinnen so können wir ja ich glaube da komme ich später noch mal zurück ein erster rivale ist immer der 662 punkte entscheiden wen du zum rivalen erklären ja ich glaube wir tun uns ja ist gut hier freunde ist gut hier oder verlieren ja ich glaube wir tun uns hier das deutschland das verfolgungs rennen hier an mit dem 2010er red bull racing rb 6 ja vamos los geht und wie gesagt ich werde am wochenende natürlich noch ein zwei rennen hier fahren und die videos auch noch hochladen es ist erst so eine kacke gewesen mit der playstation 4 freunde es ist auch noch die playstation 4 pro ich habe sie knapp ein jahr und dann kommt die aufnahme einfach an stocken und hört dann einfach so blitzartig auf also blitzartig auf also was soll ich da tun freunde mal schauen was hier so abgeht mit dem 2010er red bull das war doch echt eine geile maschine und ich glaube die haben auch noch den alten sound das müsste doch auch so sein willkommen zum einladungsrennen bei dem uns ein paar der weltbesten fahrer eine sondervorführung einiger ikonischer sportwagen so ist es ja kommen weiter geht's genug gelabert verfolgen wenn ihr das rennen auf dem ersten platz seine konten fahren langsame autos dürfen aber jeweils früher starten okay nice so ich konzentriere mich jetzt und dann geht es hier los ich wünsche euch viel spaß dabei ich glaube das war ein guter start wie gesagt ich werde mich dann zurück nach dem rennen wünsche euch viel spaß bei den zehn minuten und dann sehen wir uns gleich zurück viel spaß bei den zehn minuten Untertitelung des ZDF, 2020 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 In der letzten Runde habe ich den noch bekommen Also den Fahrer mit dem komischen Namen da, das habe ich noch nie gesehen Ja, weiter, klar Das haben wir ja wunderbar gemeistert hier Und das nächste Wochenende ist in Aserbaidschan, in Baku Und ich glaube, das wird alles ein bisschen zu lange, wenn ich das jetzt noch hier in diesen Part hier schmeiße Das heißt, dieser Part wird ein bisschen kürzer ausfallen Wir schauen uns natürlich noch ein bisschen hier im Hauptmenü um Denn wie gesagt, ich wollte noch da also die Ressourcen ausgeben um unser Wagen noch ein bisschen schneller zu machen um die, äh, ja für die kommende Saison Glückwunsch zu deinem Erfolg beim Einladungsevent Ja, Frau Lein ist gut Weiter geht's hier Gut aussehen So Ja, drei Trainings Qualifying Nachrichten haben wir auch noch bekommen Ja, wir sind Erster, das sehe ich Jo, und dann haben wir noch unten die Nachricht von Jeff Und deshalb gerade, das ist vielleicht ein regnerischer Tag äh, am Wochenende wird Also am Rennen Also am Renntag Scheiße Cool So Jetzt tun wir uns hier nochmal Antrieb, genau So ist es Colton Das stimmt schon so Come on Ich glaube, alles, was wir da erforschen wird unserer unseren Wagen noch ein bisschen stärker, man Ist ja klar Aber das sieht doch gar nicht so gut aus Ja, 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 das geht alles ein bisschen besser Wir sind da Viertletzter Ich glaube, da waren wir sogar vor der Saison noch besser Auf jeden Fall wünsche ich euch hier noch Viel Spaß auf dem Kanal Bei Formel 1 2018 Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart Freue mich über einen Daumen hoch Freue mich über ein Abo Und wünsche euch nur das Beste, meine Freunde Viel Spaß noch beim Zucken Bis dann Peace Ich freue mich über einen Daumen hoch 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 Ich freue mich über einen Daumen hoch